Habe ich ein Drogenproblem? Ich habe über die letzten Monate ein genaues Drogentagebuch geführt, wo ich wirklich jeden einzelnen Konsum notiert habe, um zu schauen, wie viel Drogen ich wirklich nehme. Spoiler, an manchen Tagen habe ich echt sehr übertrieben. Notiert habe ich das Ganze natürlich mit der Drogentagebuchfunktion von der kostenlosen OpenMind-App. Einfach nach der Substanz, die man vorhat zu konsumieren, suchen. Da findet ihr dann eine kleine Kurzinfo mit Dingen wie Dosierangaben. Hier klickt ihr dann unten auf Konsum starten. Der Konsum wird dann nicht nur in deinen Kalender eingetragen, es wird dir auch angezeigt, ob dein Rausch schon am Peak war, damit du nicht zu früh nachdosierst. Gehen wir also mal auf meine Konsum-History. Anfang Juni alles sehr moderat, an Wochenenden eine sehr kleine Dosis 2-CB oder Ketamin. Am 18. Juni war ich auf einer Party von einem Homie. Da habe ich ein paar mehr Substanzen konsumiert, aber auch von den Dosierungen eher jeweils gering. Ich war an dem Abend jetzt nicht sonderlich high. Ab dem 29. Juni war ich dann auf einem mehrtägigen Event, wo sehr viele Substanzen konsumiert werden und es war wirklich so, dass ich auf diesem Event so viel Drogen wie noch nie zuvor in meinem Leben konsumiert habe. Da habe ich es besonders mit MDMA übertrieben, weil ich immer hart den Drang hatte nachzulegen, weil es nie so richtig gekickt hat, obwohl ich eigentlich Monate Pause gemacht hatte. Nach einer Initialdosis von 110 Milligramm habe ich fünfmal nachgelegt an dem einen Abend. Allerdings jetzt nie so große Dosierungen, aber addiert ist das auf jeden Fall zu viel gewesen für einen Abend und zwar über 300 Milligramm. 2-CB habe ich dann auch noch regelmäßig dazu gemischt, weil ich mir hoffte, so den MDMA-Kick zu bekommen, aber ich habe es nicht so wirklich geschafft. Ich habe mich da nicht so drauf gefühlt. Auf den Bildern von dem Abend sehe ich allerdings hart drauf aus. Die Tage danach waren sehr stark dominiert von 2-CB. Ich hatte da 2-CB-Nasenspray am Start. Das resultiert immer in vielen Einträgen, aber pro Spritzer ist da nicht so viel drin, dass es da jetzt auch nie zu einem besonders krassen Rausch kam. An dem Event hatte ich auch zum zweiten Mal in meinem Leben Amphetamin konsumiert, wovon ich allerdings nicht so viel gespürt habe. Ich war auf diesem Event dauerhigh, weil ich immer so nachgelegt habe. Also insgesamt siebenmal MDMA, vierzehnmal 2-CB, viermal Ketamin, dreimal Amphetamin, 1,5 Gramm Phenibut, einmal LSD, einmal DMT und einmal Arlat. Aber die Dosierungen waren halt immer eher moderat, sodass ich halt nie richtig drauf war. Trotzdem sind das akkumuliert zu viele Substanzen für diesen Zeitraum. Deswegen habe ich bewusst danach etwas gefastet. Ich habe die Wochen darauf im Grunde gar nichts genommen, nur ab und zu 10 Mikrogramm 1D-LSD als Microdose und an einem Abend wurde mir und ein paar Comedian Homies etwas DMT in unser Wurstbrot gemischt. Das Drogenfasten konnte ich aber nur bis zum Ende des Monats durchziehen, weil ich ab Ende Juli eine Woche auf dem Ozora Festival war. Auch hier war 2-CB das, was ich am häufigsten genommen habe. Den stärksten Rausch hatte ich allerdings auf der Ozora primär durch Arlat. Da war ich an dem einen Abend wirklich völlig outgespaced, weil ich immer versuche meine Pausen einzuhalten, habe ich an dem Festival MDMA gar nicht genommen und auch keine anderen Opfer bis auf einmal 10 Milligramm Medikinet und einmal 100 Milligramm Modafinil. Bei so einem Festival sollen ja schon Psychedelika im Mittelpunkt stehen. Ketamin war auch immer mit von der Partie, aber auch ab und zu etwas von der legalen Droge Kratom. Und weil ich an dem Festival irgendwie immer voll schlecht schlafen konnte, gönnte ich mir jeden Tag zum Einschlafen etwas Melatoninspray aka Deep Sleep. Also in der Woche nahm ich insgesamt 11 mal 2-CB, 6 mal Ketamin, 2 mal Phenipod, 2 mal Kratom, 2 mal Arlat, 2 mal Ibuprofen, 2 mal Dramadol, 1 mal Medikinet, 1 mal Modafinil und 6 mal Melatonin Deep Sleep Spray. Mir fällt irgendwie auf, dass ich in letzter Zeit auch immer ab und zu Ketamin nehme, obwohl ich gar nicht so weiß warum. Bei 2-CB da finde ich den Rausch einfach immer angenehm, aber bei Ketamin kann ich bis heute gar nicht genau so beschreiben, wie sich der Effekt anfühlt und ob das überhaupt ein besonders erstrebenswerter Zustand ist. Ich bin jetzt seit 2 Wochen wieder von der Ozora zurück und in diesem Zeitraum wurde mir lediglich einmal 0,8g Pilze in mein Wurstbrot gemischt und ansonsten wieder nur 1d LSD Microdoses. Es stehen dieses Jahr auch keine weiteren Festivals auf meiner Liste, das heißt hier wurde wirklich die exzessivste Phase des Jahres dokumentiert, vielleicht sogar die exzessivste Phase meines Lebens, weil ich noch nie so dicht hintereinander auf so Events war. Wie ihr gesehen habt, sind meine Main-Drogs Psychedelika, weil die laut dem jetzigen Forschungsstand nicht irgendwie die Organe kaputt machen, eine sehr geringe Suchtgefahr haben und man stirbt da auch nicht an einer Überdosis oder so. Die Hauptgefahr sind da Psychosen. Nehmt euch trotzdem daran kein Beispiel und nehmt lieber keine Drogen, besonders wenn ihr noch unter 21 seid, weil da Drogen besonders schädlich sind. Ich habe mir jetzt für die nächste Zeit vorgenommen, vor allem kein 2CB zu nehmen, weil es irgendwie zurzeit zu sehr Routine auf Partys wird. Ich bin auf irgendeiner Party und dann kommt zu schnell der Gedanke, hm, vielleicht ein paar Spritzer 2CB dazu gönnen. Und ja, dieses Automatisierte will ich durch Abstinenz loswerden. Erst durch dieses Tagebuch ist mir aufgefallen, dass es einfach zu viele 2CB-Einträge gibt. Daher empfehle ich euch auch so ein Tagebuch zu führen. Da könnt ihr auch immer sicher gehen, dass ihr beispielsweise nicht öfter als alle 3 Monate MDMA konsumiert. Die OpenMind-App hat übrigens nicht nur die Drogentagebuchfunktion, man kann da auch Kreuzkonsumchecks machen, um zu schauen, welche Drogenkombinationen besonders gefährlich sind. Und bei den Trip-Games kannst du schauen, wie Substanzen deine Leistungen beeinflussen. Vor dem Memory-Spiel kannst du eintragen, auf welcher Substanz du gerade bist und später siehst du dann in der Highscore-Liste, bei welcher Substanz du das schlechteste Merkvermögen hast. Obwohl die Entwicklung der App bereits einen 5-stelligen Betrag gekostet hat, könnt ihr euch die App wie gesagt komplett kostenlos herunterladen. Da ich durch YouTube-Videos selbst kein Geld verdiene, war das Ganze finanziell nur möglich, dank denen unter euch die Kunden in meinen Online-Shops sind. Jeder weitere Kauf in einer der Shops supportet auch die Weiterentwicklung der App. Es sind viele weitere phänomenalen Features geplant. Gerade wo ich das Video aufnehme, ist die App sogar werbefrei, aber in Zukunft wird es ein paar dezente Banner für meine Shops geben, damit ich mehr Ressourcen in die Weiterentwicklung der App stecken kann. Ich will hier selbst auch für mich als Nutzer der App die perfekte Drogen-App kreieren. Die App gibt es sowohl im Playstore als auch im Appstore. Bei der iPhone-Version aus dem Appstore ist allerdings das Memory-Spiel nicht mit dabei, weil das scheinbar gegen die Richtlinien verstößt. Auf meinem Telegram-Kabal findet ihr allerdings eine Anleitung, wie ihr trotzdem auf das iPhone die Version mit Memory bekommen könnt. Ja, jetzt wo ihr mein Drogentagebuch von den letzten drei Monaten gesehen habt, wie beurteilt ihr meinen Konsum? Habe ich schon ein Drogenproblem? Werdet ihr jetzt auch anfangen ein Drogentagebuch zu führen, damit ihr mehr auf Safer Use achten könnt. Nochmal danke, dass ihr diese Videos und die Entwicklung von solchen coolen Apps möglich macht.